Hallo, hier Dark Sailor mit Blick, Incorporation, Evolved. Also ich nenne es jetzt immer Incorporation, also wundert euch nicht, falls es nicht so gedacht ist, dann ist es halt so. Ähm, ich nenne es immer so. So, es sind 7 Milliarden, nur noch 117 Millionen übrig, die nicht epiziet sind. Danach geht es ja auch vor allem darum, hier, naja, alle tot zu bekommen. Aber, yeah, das könnte eine Wahrheit dauern, jetzt ist hier auch heftig mal was los. Bin heute ein konstaterer Weltinfizierter, um Menschen zu dünnen, musst du natürlich die Wortgeschritte Symptome entfüllen, von denen es Mut weiterentwickeln. Mach ich gleich, sobald es keinen mehr hier gibt, der sich wehren könnte. Aber nur weil sie infiziert sind, das heißt ja natürlich nur daran, nicht, dass sie erledigt sind. Also, nichts dagegen unternehmen können, und da kann noch einiges geschehen, das kann ich versprechen. Noch nicht, ich will keinen Ausschlag. Und zwei Punkte mehr, das ist ja. Aber die Symptome will ich natürlich als erstes aufrufen. Erst dafür sorgen, dass sie weniger produktiv sind. Und dann richtig loslegen. So, Waren, wo sind denn die letzten... ...verbliebenen... ...also hier sind alle... Ah ja, Grönland lässt auf sich warten. Die letzte gesunde Person auf diesem Planeten wurde vor kurzem mit Ping 81 zifiziert. Tja. Somit können wir loslegen. So, ich fange hiermit an, weil, wie gesagt, sie sind dann weniger produktiv. Und das ist ja auch mein Ziel. Weiterentwickeln... Äh, erzählen, dass wir die körperliche Abläufe erstellen können. Eins muss ich hier raus und wirklich enden. Da, das möchte ich natürlich weiterführen. So. Ja, komm, machen wir erstmal weiter. So, ich mache aber erstmal bis... Warte mal, mach mal hier erstmal. Und, äh, in der Lunge... ...mit anstehen, ne? Manche sind besonders betroffen. Also, die Infektionsreizein, das ist mir völlig egal. Es sind ja alle bereits infizierte, daher ist das völlig unwichtig. So, jetzt haben wir erstmal 97. Ähm, dann werden wir jetzt hier darauf achten. Gucken wir erstmal, was passiert. Es werden jetzt bald jemanden das erkennen. Ich mache mal ein bisschen vor. Während einer Untersuchung hat jemanden im Balkan starten. Eine neue Krankheit namens Pink. Ach, ich entdeckte, äh, sie scheinert haben, es muss aber untersucht werden. Ja, aber so Hahn ist es nicht, denn sie ist schon 4547. Erster tolles Fall. Ja. Äh, Pech oder Anfang von etwas Rektischem. Hm, man weiß es nicht. So, wie gesagt, ich lasse das erstmal auf schnell. Australien ist das erste Land, das die Ausfahrung von Bündn durch Versteigungen ein- ...und aus Reisebedingungen einzuschränken besucht. Ähm, wird nicht viel bringen, würde ich meinen. Ähm, sie sind noch nicht weit. Die Entwicklung eines Heimits kann auf zwei Arten mitgekauft werden. Akkassive sind Tauber, äh, Omelette, was ich sagen, oder Heimitsis, 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 Subtila. Ähm, völlig egal. So, es sind schon 6 Millionen. Granitekt, als wäre es die Meilenland. Äh... Äh... Ja, Irak teilt an mit dem ganzen Zeug und blablabla, blablabla, blablabla. Äh, fasch auf, da ganz normal konzentriere ich auch die Entwicklung eines Heilmittels. Ja. Ob das was bringen wird? Ja, ich bezweifle es. Warte mal, Schlagsymptome. Ja, das kann jetzt mal entweder passieren. Ach ja, aber ich kann noch eine Sache machen, um mir mit ein paar mehr Punkte zu holen. Und zwar, weil ich das jetzt alles einfach rückentwickele. So, wie gesagt, in höheren Schwierigkeitsgraden ist das dann nur noch bedingt möglich. So, so weit ist hier... So, wir haben es auf 17, auf 20. Okay, dann werde ich das jetzt anfangen auszubauen. So, wir haben das Genome-Pringen vollständig sequenziert, wo wir... So, wir haben das hier so ein Heilmittelfellen... Ähm, helfen. Ähm, wie gesagt, und nicht viel bringen. Jetzt sind 25% fertig. Oh, da müsste ich was gegen machen. Ähm, ja, machen wir hier nochmal weiter. Äh, kann ich mir nur noch schnell in der Sitzung setzen. Es gibt weitere Forschungsgeschwindigkeit. Peng, machen wir auch noch mit rein. Äh, sagen wir mal, es ist schon länger als die Pest. Ähm, aber es lässt sich sehr viel Zeit, muss ich jetzt einfach mal sagen. Äh, und als gefährlich... Ja, es ist sehr gefährlich. Okay, und wie... Okay, jetzt geht da... Oh Gott, warte mal, ich sollte vielleicht auf normal wahrscheinlich... Äh, äh... Ah ja, also jetzt zeigt er mir... Das hier an, das hier muss ich natürlich alles zerstören, weil sonst geht die Sache noch schneller voran. Äh, das wollen wir natürlich nicht. So, dann... Das hier in Lover nicht mehr, das senkt sich zur künftigen Forschungsgeschwindigkeit. Erstmal... ... wird sozusagen gefügt, entweder eines Heimels, das dauert länger. Peng. Ich werde das jetzt mal gleichzeitig hier so ein bisschen machen. Ja. So, jetzt dauert es wieder ein bisschen länger. Ich hätte es vielleicht andersrum machen sollen. So, ich versuche das mal jetzt noch ein bisschen weiter zu verlangsamen. Oh je, ich hätte sofort auf Aggression scheiden sollen. Ja, aber das kann ich ja... ...gleich nochmal hinterher machen, ich würde sagen, dass so viel Zeit ist ja noch da. Falls das jetzt nicht so glatt läuft, wie gewünscht. Das geht viel zu langsam, leider. Ich müsste eigentlich... Es geht leider viel zu langsam voran, es ist zu 75% fertiggestellt. Ich hätte von Anfang an das von oben anfangen sollen. Also, ich meine natürlich von hier aus. Das fehlt mir halt noch. Denn hiervon merke ich überhaupt nichts. Also, momentan merke ich da überhaupt nichts, weil es geht saumüßig schnell zuvoran. Aber wenn ich das hier eher ausbauen... Schade! Denn sobald sie natürlich das Heilmittel haben... ... ist die Sache erledigt. Da ist eher eine Kürze, seit das Problem entklaert. Das dauert zu lange. Leider dauert das zu lange. Äh, äh... Was sieht noch raus? Ah, alles klar. Ich werde das mal jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Weil ich habe so das Gefühl... Ich habe nicht nur das Gefühl, es wird nicht funktionieren. Es ist so gut wie fertig, ich glaube, da kann ich jetzt leider nicht viel machen. Und sobald es fertig ist... Hier. Bam, 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 das ist ganz schnell. Oh, wir haben nur 300... ...320... ... circa geschafft. Klingt dann auch leider nichts. Passagiere, bitte zurück in Gate 4. Wurde ausgerottet, also ich mache es... Bäh. So, ich mache das jetzt mal ganz schnell nochmal. So, das muss ich nicht auf mir sitzen. Ähm, ja, fortfahren. Das stimmt bereits. Soweit meine ich. So, auf einfach. Wir lassen mal den Namen, wie so wie er ist. Und wir machen... ... es wäre natürlich sowas einfacher, aber ich würde gerne... ... hehehe. Da ist das ja so gut. Ich würde sagen, ich fange einfach mal in Australien an. Ich glaube, da ist gar nicht so schlecht die Stelle. Ähm, aber das in der nächsten Folge. Dies war es mal in der dritten Folge von... ...Blake Incubation. ... Evolved. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen. Auch wenn es jetzt nicht so 100% geklappt hat, die ich es mir eigentlich falsch gesagt habe, weil ich wahrscheinlich einfach jetzt mal die falsche... ... stattgeben würde, aber egal. Dies war nichts toll. Einen Tag selber. Bis dann.